Wunderschönen guten Tag zu dieser neuen Tech News, die dritte Aufnahme mittlerweile, aber so ist das halt manchmal mit der Technik und ja, deswegen hoffe ich einfach mal, dass ihr wenigstens was über neue Techniker hier erfahren wollt. Ich bedanke mich erstmal bei allen Mitgliedern und natürlich bei allen, die hier einschalten und vielen lieben Dank auch an alle, die mich unterstützen mit meinen Links, die ich unten in der Beschreibung habe, zum Beispiel mit Holy und mit dem Code Nerd over News 5 bekommt ihr auch noch 5 Euro Rabatt auf Energy, Iso oder Eistees ohne Taurin und Zucker. Aber jetzt legen wir los mit der neuen Tech News. Dann wäre es mal mit Computer Base und die haben sich jetzt mal Ryzen 8000, Snapdragon X Elite und die Intel Core Ultra Serie geschnappt und wollten die in AI Benchmarks gegeneinander antreten lassen. Das ist allerdings eher auf die NPU gemünzt und ja, die konnte man kaum noch testen, weil kaum Programme die NPU unterstützen. Also das heißt, momentan sind sie eher so Platzwegnehmer, weil die KI-Programme auf Grafikkarten und auch noch auf die CPU-Kerne setzen und die NPU eigentlich gar nicht ansprechen. Und mehr wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Momentan ist es einfach nur verschwendeter Platz. Man hätte das ja auch theoretisch für eine bessere APU nutzen können oder ähnliches und dann wären diese NPU-Kerne vielleicht gar nicht mal so wichtig gewesen. Ich finde es ein bisschen komisch, aber na gut, lasst mal gerne eure Meinung da. Benutzt ihr das oder sagt ihr, nee, das ist ja auch totaler Quatsch. Und dann kommen wir mal zur AMD direkt rein und auch hier gibt es neue Fakten, denn am 15. Juli startet nun ganz offiziell die neue AMD AI 300 Serie. Das heißt Strix Point mit der neuen ADNA 3.5 Architektur auf der GPU-Seite und bis zu 16 CUs und auch noch 12 Prozessorkerne. Und die wurden jetzt noch mal neu gebencht und die sind doch ganz ordentlich. Im Single-Core 2.833 Punkte im Geekbench, im Multi-Core 14.733 Punkte, was eine richtig ordentliche Performance ist und auch für Spiele das Ganze verspricht. Auch die kleinere APU hatte man gleich mal im Test und zwar mit 10 Kern und auch der etwas schwächeren 880M. Hier hat man dann gelatte 2.730 Punkte geschafft und 13.032 Punkte im Multi-Core. Aber das ist auf jeden Fall eine richtig ordentliche Leistung, die man da abliefern würde. Woher wissen wir jetzt, dass sie am 15. Juli kommen? Asus hat bestätigt, dass dort die neuen Notebooks erscheinen werden und ich bin echt schon auf die ersten Benchmarks gespannt, wie die sich vor allem in Spielen schlagen. AMD hat damit 20% Performance-Sprung zur Horizon 8000, also Hawkpoint-Serie, rausgeholt und das ist richtig ordentlich. Und man sagt auch, man verpflichtet sich für jede Generation, den fortschrittlichsten Prozess zu verwenden. Hat also TSMC zu dem Zeitpunkt, wo AMD neue CPUs und GPUs rausbringt, einen neuen Prozess, dann wird man auch auf den setzen. Das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Ansage und man will sicherlich nicht nochmal so weit zurückfallen wie bei Bulldozer. Und zu guter Letzt gibt es aber auch noch was Interessantes, denn ähnlich wie Nvidia hat AMD jetzt eine neue Technologie vorgestellt bzw. angekündigt, die sich darum kümmern soll, per AI Texturen zu komprimieren. Und das ist eine richtig gute Sache, denn die meisten Spiele sind nun mal so groß wegen den 4K oder 8K Texturen, die da teilweise verwendet werden. Deswegen haben wir mittlerweile Spiele, die unter 100 GB gar nicht mehr verfügbar sind. Und ja, dadurch könnte es sein, dass wir Spiele wieder auf eine Blu-ray raufkriegen. Dadurch können wir vielleicht auch davon ausgehen, dass wir keine großartigen Zusatzdownloads haben müssen, nur um die Spiele dann im Grunde genommen starten zu können. Und das Ganze nennt sich Neural Texture Block Compression und wird am 9. Juli offiziell präsentiert. Ich bin mal gespannt, wie weit runtergedampft das Ganze dann werden kann. So, aber nicht nur AMD hat neue CPUs im Startprogramm, sondern natürlich auch Intel mit Intel Luna Lake. Und da sind jetzt 9 CPUs aufgetaucht und die unterscheiden sich von GPU, NPU und CPU und natürlich auch noch der Wii Pro Eigenschaften. Alle diese CPUs kommen mit 16 oder 32 GB LPDDR5X Speicher mit 8.533 Megatransfers und takten zwischen 4,5 und 5,1 GHz. Die GPU-Clock wird zwischen 1,85 und 2,05 GHz getaktet und die T-Ops bewegen sich zwischen 40 und 48 NPUs. Das Witzige ist, jede CPU setzt auf denselben Core-Count. Also 4 Power-Cores und 4 Efficiency-Cores sind überall gleich. Das heißt, wenn ihr die etwas fettere Variante nehmt, könnt ihr eigentlich auch den kleinsten CPU davon nehmen und habt damit eigentlich fast dieselbe Leistung wie mit der größten Variante. Und bis zu 30 Watt TDP sind beim Core Ultra 9 288V Flagship möglich. Also ich würde dann immer die kleinere CPU mit ein bisschen weniger Takt nehmen, weil ganz ehrlich, Taktraten machen es eigentlich nicht mehr so fett und dann hat man auch noch ein bisschen längere Akkulaufzeit. Wo sich die Akkulaufzeit allerdings verkürzen würde, wenn es diese Grafikkarte für Notebooks geben würde, ist die RTX 4070 Ti Super. Denn mittlerweile gibt es nicht nur Modelle mit der AD102 GPU, die normalerweise bei der 4080 und 4080 Super verwendet wird, sondern auch noch Modelle mit AD103 und der wird ja normalerweise bei der 4090 und 4090D verwendet. Aber ja, man nimmt jetzt da anscheinend die Ausschussware und produziert 4070 Ti Superkarten damit. Das hat MSI zumindest jetzt gezeigt. Das Wichtigste ist damit eigentlich, dass der Chip zwar dieselben Shader hat, aber ein bisschen höhere TDP, weil es einfach eine größere Abwärme ist, die über den größten Chip abgeht. Aber naja, gut, wir werden mal sehen, was dann die Praxistests zeigen werden. Vielleicht kann man ja auch zufällig einen von denen irgendwann freischalten, auch wenn das die Hersteller mittlerweile gut zu vermeiden wissen. Außerdem gibt es neue Konkurrenz im KI-Beschleuniger-Markt. Und warum kommt das hier in der Nvidia News? Naja, das Unternehmen Edged, ein Start-up, hat jetzt seinen neuen KI-Beschleuniger Sohu vorgestellt. Und der ist extra für Transformer-Berechnungen gedacht. Also das heißt, der ist sehr spezialisiert, soll darin aber 20 H100-Chips von Nvidia ersetzen können. Und das natürlich bei wesentlich besserer Effizienz. Das Ganze wurde jetzt mit 120 Millionen Investorengeld gestartet. Das ist relativ wenig für eine Chip-Neuentwicklung, aber wir werden mal sehen, wo da die Reise hingehen wird. Und der KI-Markt wird dann halt immer interessanter, weil Konkurrenz belebt nun mal das Geschäft. So, nachdem wir die großen Hersteller jetzt durch haben, kommen wir zu den kleineren Themen. LG-Display hat nämlich zum Beispiel neue Tandem-OLED-Displays hergestellt. Und die gehen jetzt in Massenproduktion. Nachdem ja das iPad Pro damit gestartet wurde und jetzt auch das Dell XPS 13, soll es noch weiter gehen. Die Dinger sind 40% dünner und 28% heller als bisherige OLED-Displays. Und auch die Einbrennmöglichkeit soll nochmal mehr verhindert worden sein. Wobei ich ehrlich gestehen muss, ich hatte noch nie ein modernes OLED-Display, was irgendwie eingebrannt ist. Weder mein iPhone, noch mein Monitor, noch mein Fernseher. Naja, mein MacBook sowieso nicht, da gibt es das noch nicht. Aber ja, es ist halt einfach, denke ich mal, ein Relikt von grauer Uhrzeit, dass man Angst darum haben muss, dass die Dinger nach ein paar Monaten dann einbrennen, beziehungsweise ausbrennen, wenn man es richtig bezeichnen will. Deshalb bleiben wir einfach mal entspannt. Weiter geht es allerdings mit Microsoft und die machen sich, ehrlich gesagt, immer unbeliebter. Denn Microsoft aktiviert jetzt OneDrive automatisch. Also das heißt, im neuesten Update wird OneDrive Backup immer aktiviert und wird euch auf kurz oder lang wahrscheinlich dann irgendwann mit knappen Speicherplatzmeldungen auf den Sack gehen. Außerdem löscht Microsoft eine Anleitung zum Wechsel auf ein lokales Konto. Das heißt, man will unbedingt eine Kontoanbindung jetzt erzwingen. Das ist natürlich wieder mal prima. Aber ich sage es mal so, man kann ja immer noch ein Windows installieren, wenn man gerade keine Internetanbindung hat. Aber da gibt es auch ein paar Tricks zu beachten. Genug Anleitungen gibt es auch im Netz. Da guckt man wahrscheinlich sowieso nicht als erstes bei Microsoft. Trotzdem war wieder ein komischer Move. Apple gibt es auch noch ein paar Neuigkeiten und zwar Tap to Pay. Ihr könnt jetzt von iPhone zu iPhone bezahlen. Das heißt, der Shop-Anbieter braucht kein extra Kartengerät mehr. Das Einzige, was in Deutschland noch nicht möglich sein soll, anders als in den USA, ist, Geld von iPhone zu iPhone zu senden. Und das völlig anonym. Das geht bisher nur bei der Beziehung Shop bzw. Händler zu Kunde. Das ist ein bisschen schade, aber vielleicht wird das ja noch nachgereicht. Dann gibt es aber noch eine weitere Meldung. Und zwar, Apple hat sich ja immer sehr darauf berufen, ja, für ein MacBook Air reichen auch 8 GB RAM und so weiter und so fort. Ja, damit hat man sich jetzt selbst ins eigene Bein geschossen, denn man hat jetzt was Neues rausgebracht. Und da geht es natürlich mal wieder um KI. KI braucht viel Arbeitsspeicher und Xcode 16 braucht das genauso. Und da reichen die 8 GB in aktuellen MacBooks halt nicht aus. Ich hoffe jedenfalls, dass die nächste Revision, was weiß ich, MacBook M4 oder M5, wie es dann auch immer heißen wird, dann mindestens mit 16 GB RAM kommt. Und eine kleine Korrektur muss ich noch einfügen. Letztes Mal habe ich ja darüber berichtet, dass VW 60 Milliarden in Verbrennermotoren investiert. Was die Artikel zu diesem Zeitpunkt aber größtenteils nur in den Unterzeilen geschrieben haben, ist, dass VW gleichzeitig auch 120 Milliarden in Elektromotoren investiert. Also das heißt, der Fokus liegt weiterhin auf die Neuentwicklung von neuen Elektromotoren. 5 Milliarden gehen übrigens da nach Rivian. Denn mit dem neuen Autohersteller will man sich jetzt zusammentun, um auch noch bessere Software und eventuell auch noch den einen oder anderen besseren E-Motor auf den Markt zu bringen. So, das war es dann allerdings auch schon mit der Tech News. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, gerne den Daumen nach oben und ein Abo da lassen. Und schaut auch gerne mal bei nerdpodcast.de vorbei. Da gibt es gerade das 30-Tage-Probe-Abo kostenlos. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal.